Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Drifter, nein Master Builders mit dem Nephias. Hallo. Und dem Gorobai. Hi. So Kunran, du kriegst jetzt ein Wort und da ist dann fünf Minuten Zeit, dieses Wort bildlich umzusetzen. Was machen wir eigentlich, wenn wir es doppelt haben? Das hatten wir noch nicht. Oh mein Gott. Sowas wie Wikinger zum Beispiel. Was? Ja, das wird natürlich lustig jetzt, ne? Alter, was? Boah, ich hab die krasseste Idee. Ich auch, aber die krieg ich nie umgesetzt. Ich schaff das und das auch nie hin, was ich mir denke, was ich machen möchte. Meinst du, du schaffst das Gorobai? Mhm. Glaub ja nicht. Ich hab viel Vicky und die starken Männer geguckt. Du kannst auch den Boden ändern, Kondran mit dem Diamanten. Ja, ich gucke eure Folgen. Du guckst eure Folgen? Ja, dann ist ja alles klar. Wie bekomme ich die Dinger in die Luft? Kann ich, wenn ich Wasser auf dem Boden mache, nichts platzieren? Nee. Boden zu Wasser würde ich erst später ändern. Ja. Meinen ersten Zuschauer hier in der Runde. Wir wollten auch eigentlich Leute grüßen, ne? Oh nein. Ja. Habt ihr unter meiner Folge die Kommentare gesehen? Ja. Ich hab überlegt, ob ich's auch schreibe. Oh Leute, ey. Man kann nix sagen in den Folgen. Ich will auch gegrüßt werden. Ich würde gerne gegrüßt werden. Ja, dann folgt mir alle auf Twitch und wenn ich das Mailprogramm anhab, dann habt ihr vielleicht Glück. Wenn ich nach der Folge ne Menge Follows kriege, mache ich das immer. Machst du was? Wie lange habe ich noch Zeit? Dreieinhalb. Ah, läuft. Das schaffe ich nie. Alter, was habe ich hier wieder angefangen? Ja, das denke ich mir auch. Warum spiele ich um 10 vor 11 mit euch noch gemacht? Weil es jetzt hier nicht anstrengend genug war. Ekelhaft. Ah, Leute, warum spiele ich durch? Ja, was? Warum fühle ich das Ding eigentlich aus? Wie ausfüllen? Ja, das, was ich hier baue. I don't know what you mean. Ja, und sonst so, Leute? So schief. Wikinger ist ja so nordisch, ne? Nordisch by nature, ja. Nordisch by nature. Ich habe ja ein, das besterhaltende Wikinger-Schiff gesehen schon. Passt du. Ja. Und wie sah's aus? Gut erhalten. Das erkennt doch keinen Schwanz, wenn ich das so mache. Scheiße. Aber dieser Wikinger hier hat auf jeden Fall einen langen Bart. Einen langen Bart? Einen Backen Bart. Einen Backen Bart. Ja, okay. Boah, ich dachte kurz, da stand eine Sekunde Remaining. Ich war gerade so genau. Ich war gerade so, so ein bisschen panisch. Panisch? Ja. Ich weiß noch nicht, wie ich das Wikinger-Ding dazu bekomme, aber... Ähm... Äh... Nein! Ich kann einfach... Das ist irgendwie lieb. Leider. Das ist schon wieder nicht so lieb. Bist du schon fertig mit Bauen, oder wie sieht's aus bei dir? Ja, ich? Ja. Das geht so schief. Ich bin gerade so ein bisschen unschlüssig. Ich auch. Nein! Nein! Nein, 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 nein! Das ist doch mehr so Wikinger hier. Boah, Alter, hier bin ich geil! An was hast du wieder gedacht, dass du geil bist? Was Wikinger-mäßiges. Gunder, nicht verzagen. Ist ja deine erste Folge. Ja, das geht bei mir einfach komplett. Erste Folge und er gewinnt wahrscheinlich gleich einfach. Nie im Leben. Bei mir ist halt nix Wikinger-mäßiges. Das ist das Problem. Das hab ich mir zu spät überlegt. Oh. Mhm, reißt das halbe Gebilde wieder ab neben mir. Bei Wikinger in Haidabu. Da gab es... Gibt bestimmt voll das gute Wikinger-typische Ding, was man bauen könnte. Eine mit rote Haare. Stimmt, da... Oh, scheiße! Nein! Ach, den Block hättest du mich doch noch setzen lassen können. Ich hab das Wichtigste vergessen, glaub ich. Ach, ja. Oh, das ist schon nicht schlecht. Das ist cool. Scheiße. Das ist gut. Das ist gut. Das ist halt wirklich ziemlich gut. Gut, ja doch. Ja, das ist halt wirklich ziemlich gut. Das war Goro bestimmt. Das ist echt gut. Das ist Goro. Ah, ne, okay. Das ist der Mighty Paper. Oh! Oh! Ah, ist aber wieder Clip. Ah, ja. Die Pixelart, ne? Das ist ja nicht so... Und auf der Rückseite sieht es aus wie eine Ente. Ah, ist okay, würd ich fast sagen. Ja, ist okay. Ah, okay. Aber es sieht schon cool aus von vorne. Das muss man sagen. Von vorne ist es echt nicht schlecht. Das hier für eine Suppenschüssel. Oh, das ist jetzt eher nicht so okay. Das ist mal heißer Bleeding. Ja. Lass sie nicht beeinflussen. Warum ist das Segel... Ist das... Oh. Oh, mit... Ja. Oh, mit Drache vorne. Goro, das du sagst. Ich hätte nie erkannt, das ist Goro. Das ist Goro. Das ist so ein Wikinger-Drache. Ist okay. Das schon. Sehr amazing. Erkund dran. Zum Ernst. Eine Axt. Das ist ein Bart, der auf dem Boden liegt. Das ist okay. Ja, ne, meh. Eine Axt. Ja. Das ist irgendwie... Ja, ging... Aber war schon... Okay, das hier erkenne ich glaube ich so jetzt. Das sind zwei Schwerter, ein komisches Boot und... Ne, das ist meh. Echt? Meiser Bleeding. Also da fand ich den Clipart-Ding schon fast besser. Auf jeden Fall. Okay, ich hab auch noch mal Meiser Bleeding gewartet. Danke. Danke. Oh. Was ist das denn hier? Das ist daneben. Ah, das ist ein Wikinger-Helm. Das ist ein Helm. Ja, so ein Skyrim-Helm. Das ist ein Helm. Ah, ist... Okay. Was ist mit euch falsch? Ne, das ist meh. Guck mal, der ist eingeschnappt, weil jemand sein Ding explodiert ist. Was? Hitler-Helm. Leider mal Iser Bleeding. Ja, ich glaube ja. Vielleicht soll ich's melden. Ja. Warum explodiert das jetzt nicht? Weil nicht genug mal Iser Bleeding gemacht haben. Was ist das? Alter, das ist kein Wikinger hier. Sorry, wenn's einer von euch beiden ist, aber das... Es bekommt aber ein meh. Es bekommt trotzdem meh, weil... Wird schon fast okay sagen. Das ist ne Jungfrau vorne, oder? Das war Iser Bleeding. Nee. Das bist du gewesen! Das war wirklich nicht so gut, Nefias. Ich weiß. Ich hatte auch null. Was hattest du für die Idee? Das ist jetzt meh, würd ich fast sagen. Kunan, oder? Man erkennt leider kein... Man erkennt leider auch Kundrans Baustier mittlerweile. Weißt du doch nicht. Doch. Kundran. Oh. Bitte was? What the fuck? Was ist denn hier kaputt? Kundran in der Runde, ey. Und Kundran geht ab. Hat's sogar überlebt. Ich hab's auf gut gevotet. Das gewinnt jetzt bestimmt. Kommt runter. Oh. Mighty Paper. Er hat auch verdient gewonnen. Boah, wo bin ich denn gelandet? Was ist denn da los? Aber guck mal, ich bin nur unter dir knapp, ey. Knapp mit fast 10 Punkten. Naja, der Kundran muss was machen. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau. Tue coarse. Fynn viel.